Hallo, in diesem kleinen Tutorial möchten wir Ihnen zeigen, wie man eine Auszahlung einstellt. Zuallererst muss gesagt werden, dass man erst ab 10 Euro auszahlen kann. Das heißt, Sie können erst eine Auszahlung beantragen, wenn Ihr Guthaben größer als 10 Euro beträgt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das? Als allererstes navigieren Sie in dem Side-Menu auf den Punkt Auszahlungen. Danach auf den Punkt Guthaben auszahlen. Ihnen wird nun gesagt, dass Sie zunächst ein Paypal bzw. Bankkonto anlegen müssen, um eine Auszahlung beantragen zu können. Bei Gutscheinen müssen Sie dies nicht machen. Hier haben Sie die Auswahl zwischen den Gutscheinen wählen zu können, in dem Fall Amazon-Gutscheine und PaySafe-Card-Gutscheine. Da wir in unserem Beispiel das Guthaben über Paypal ausgezahlt haben möchten, schließen wir das Fenster und klicken erstmal auf den Reiter Paypal-Konten. Danach auf den grünen Button Paypal-Konto hinzufügen und dann können wir die E-Mail-Adresse unseres Paypal-Kontos eintragen. Ist dies erledigt, klicken wir auf Hinzufügen. Wenn wir nun nochmal die Seite aktualisieren, auf den Reiter Auszahlung gehen und das Guthaben per Paypal auszahlen möchten, haben wir nun die Wahl zwischen Paypal-Konten zu wählen, in dem Fall haben wir nur eins angelegt, und unseren Betrag zu wählen, den wir auszahlen möchten. Wollen wir unser Guthaben nun auszahlen, wird einem gesagt, dass wir unsere Adressdaten hinterlegen sollen. Das geschieht in dem Reiter Einstellungen. Hinterlegen Sie die wichtigsten Daten und klicken dann auf Einstellungen bearbeiten. Ist dies getan, können wir nun wieder unter dem Bereich Auszahlung navigieren und eine Auszahlung vornehmen. Hat man die Auszahlung beantragt, dauert es in der Regel zwei bis vier Tage, bis das Geld auf dem Konto verfügbar ist. In der Regel geht es auch meist viel schneller. Bei den Gutscheinen erhalten Sie direkt eine Auszahlung und können diese in der Übersicht ansehen. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat gefallen. Nun können wir noch mal ganz kurz die Schritte zusammenfassen. Als erstes hinterlegen Sie Ihre Adressdaten. Als zweites fügen Sie ein Paypal-Konto hinzu. Als drittes klicken Sie den Button Guthaben auszahlen und wählen Ihren Betrag. Und das war's schon. Eine häufig gestellte Frage ist auch, wie das mit den automatischen Auszahlungen funktioniert. Bei einer automatischen Auszahlung kann man entweder die Überweisung oder ein Paypal-Konto wählen und diese aktivieren. Nun wird eine automatische Auszahlung innerhalb eines Monats getätigt, solange das Guthaben über 10 Euro ist. Das heißt, man muss sich nicht ständig einloggen und einzelne Auszahlungen beantragen, sondern erhält vollautomatisch eine einmal im Monat auf sein Konto. Sehr praktisch und zuverlässig. Wir bedanken uns fürs Anschauen dieses Tutorials und wünschen nun weiterhin sehr viel Spaß und Erfolg auf linkretize.net.